Meine Schneider, wir sind vom OFC Fanradio und du bist ja ein Sprachgenie und als Reporter, wenn man die Spiele live kommentiert, muss man ja sehr schnell sprechen können. Ich bin also gar nicht fürs Interview da, sondern ich möchte Vertragsverhandlungen mit dir führen. Könntest du dir vorstellen, bei den Kickers mal so ein Spiel zu kommentieren? Kommentieren? Ja, so live kommentieren. Ja, was muss ich da kommentieren jetzt? Also um was geht's da genau? Um die Frauen, die da... Das ist sehr einfach, das ist ganz einfach. Das Runde muss in das Eckige. Ach so. Oh ja, ich meine, das sehen die Leute ja sowieso, oder? Du hast ja auch eben gerade gesagt, du hast mit Fußball nichts zu tun, da bist du ja bei uns genau richtig. Ne, also ich bin, sagen wir mal, jetzt nicht derjenige, der jeden Spieler genau mit Namen kennt, gell? Da haben ja Reporter so einen Trick. Wir haben da so eine Liste, da stehen die Nummern und die Namen der Spieler. So. Und da kannst du einfach ablesen. Die Nummern. Die Nummern, ja. Aber die müssen ja dazu passen, zu dem, der jetzt zum Beispiel gerade ein Tor schießt oder Eigentor oder sonst was, gell? Also die Verzögerung dürfte nicht länger als 10 Minuten sein, oder? Gut, also ich sehe schon, du bist sehr geeignet und du würdest das auch machen, oder? Ach, es käme auf ein Training drauf an, ja. Okay, dann machen wir ein Training beim nächsten Freundschaftsspiel. Okay, geh ich ja wehen? Geh ich ja wehen? Na, die Wehner, die sind ja jetzt eine Klasse höher. Hat er nicht verstanden? Er ist kein Fußballfachmann. Ich lese mich da nachher nochmal ein. Alles klar, vielen Dank. Bitte.